Misha Kowa, die kreative Theaterschauspielerin und Schlagersängerin. Wir haben sie getroffen auf der spanischen Insel Ibiza. Doch was macht Misha Kowa auf Ibiza? Das ist die Frage. Urlaub. Naja, nicht ganz. Urlaub und ich bin mit dem Kreuzfahrtschiff hier. Ich singe, ich darf meine Konzerte hier machen, ich habe meine Soloshows, eine Show im Theater und eine auf dem Pooldeck, meine Schlagershows. Und dafür bin ich engagiert auf dem Kreuzfahrtschiff, richtig. Durch ihre Single, Königin der Nacht, nennt man sie auch liebevoll die Königin. Doch ist dieser Song auch Teil ihrer Live-Show? Natürlich hört man die Königin der Nacht in meinen Shows, also in einer von meinen Shows und natürlich alle meine weiteren Songs auch. Ihre Single, Warum hast du mich wachgeküsst, ist ebenfalls im Live-Programm integriert. Ja, viel hat sich getan. Kreativität, die ist ziemlich gestiegen, sage ich, weil es sehr viel Zeit ist, um kreativ zu sein, Songs zu schreiben. Und die kommen und kamen natürlich auch raus und es geht auch. Auf der Burg in Ibiza wird noch ein wenig auf dem Markt herumgeschlendert, bevor es wieder auf das Kreuzfahrtschiff geht, wo heute noch am Hafen in Palma de Mallorca angelegt wird. Wir von Lieblingsschlager wünschen Nisha noch viel Erfolg und viel Spaß bei ihren musikalischen Reisen. Um, okay. Um, okay. Um, okay. Um, okay. Um, okay. Vielen Dank.